Guten Morgen! So! Perfekt! Die sind jetzt auch wieder, so. Die... Ach, ich will immer I drücken. So, die kommen hier rein. Also ist wieder so viel fertig, ne? Ja. Benötigt Sense. Inventar ist voll. Okay, warte mal. Vom Kohl haben wir zwei normale nur. Oh nein. Aber ich glaube, da habe ich noch Samen irgendwo. Oh, da hätte ich Verteidigung auch noch drauf. Ach so, das sind Kartoffeln. Das sind Süßkartoffeln. Ähm, hier vielleicht? Da haben wir Karottensamen. Aber nur einmal. Oh, Kohl haben wir auch noch einmal. Oh, Mann. So, das heißt, das sind erst sieben. Okay, brauche ich einmal noch. Und die Kartoffeln. Äh, wo sind sie jetzt? Hier. Warte, Katze. Ja. Okay, und da haben wir jetzt vier. Das heißt, einen Kohl können wir schon einmal wieder anpflanzen. Warte, 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 warte. Die Sense brauche ich auch noch. Warte, 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 das brauche ich noch. Habe ich da nicht noch so Blumensaat? Tulpe. Okay, ich bin verwirrt, warte. Kartoffel? Tulpe, haben wir nichts mehr. Sieh nicht da noch raus. Tulpenzwiebel, doch. Okay. Aber es ist halt nur eine. So, das heißt, dann gehen wir auf den Fisch. Dann könnten wir, ähm, Kartoffel, Kohl und die Karotten erst mal schon mal da reinschmeißen. Oh nein, es sind da sieben. Kaffee muss ich einmal verkaufen. Oh, das ist saad. Wo kann ich denn das dann verarbeiten? Vielleicht dann hier drüben drinnen? Und auch die Blumen. Kann ich die Blumen irgendwo... Nee. Wieso habe ich... Ich habe zu wenig Kartoffeln. Müsste sich hoffentlich mit zwei ausgehen. Schauen wir mal. So. Dann, hier rein, die Kamer... Ich habe die Karotten auch noch nicht gepflanzt. Oder habe ich die Kartoffeln jetzt schon? Und irgendwo habe ich jetzt Mist gebaut, ne? Nee, hier sind die Karotten. Oh nein, ich sehe das nicht. Verdammt. Irgendwo habe ich Blödsinn gebaut. So, hier. Die ganzen Blumen, die werde ich heute wahrscheinlich dann eh brauchen. Die habe ich hier rein, so wie das. Dann brauche ich. Die Sense habe ich da rein. Wo ist meine Goldsense? Wo ist meine Goldsense? Oh nein, so komme ich halt zu gar nichts. So. Die Sense können wir wieder reinschmeißen. In Kohl muss ich neu anpflanzen. Warte, dann machen wir... So. Den haben wir hier rein. Die sind am wachsen. Zwei, vier... Sieben. Da. dann Müllverarbeitung oh nein, das geht ja mal gar nicht so Müll, Müll achso, warte mal, da habe ich einen einzelnen Fisch noch so, gut, die können wir gleich wieder anpflanzen so die Reissamen brauchen wir gefühlt komme ich zu nichts so, da haben wir noch mal Müll und hier haben wir Müll dann habe ich so das Schwert und so, das habe ich jetzt achso, hier habe ich keinen Platz oh machen wir so oh, der Stall ist fertig die sind auch immer zu klein die gibt halt nix ente 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 die sind die sind die sind die sind die sind ich habe alles sicher bin ich mir nicht oh nein es wird jetzt schon wieder knapp ich hasse es diese zeit diese zeit oh nein mein inventar ist voll ich muss ein bisschen auf die tube drücken ich muss vorher noch nach oben mir das schwert holen ein ei ein ei und ein ei das ist eh schon zu viel so milch haben wir hier mal 211 zu nein nein so das und das können wir noch verkaufen und den rest lasse ich hier die angel brauche ich nicht das 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 lasse ich und wir haben hier schon wieder keinen platz mehr dann machen wir noch schnell ring ring die ringe haue ich poppieren da habe ich essen irgendwo hatte ich doch noch was da so passt ich hoffe das geht sich jetzt aus warte auf mich ich bin gleich wieder da oh nein ich geh zum steinbruch in die mine sollste gehen so laden so bei der wiederherstellung was haben wir hier drinnen das brauche ich alles nicht das passt schon so bus haltestelle schnell schnell ich hoffe die ist bis 18 uhr da nicht nur bis 17 uhr bus haltestelle nein da war der ganze stress umsonst hierher so 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 okay ich habe zweimal kartoffeln angepflanzt boah wie mich das jetzt nervt so so okay okay na es schaut jetzt nicht so aus als ob es recht viel langsamer wäre das hier muss eh nicht rauf okay das ist das und das kann ich noch reinschmeißen gut dann ich hätte das essen vergessen oh nein oh nein oh nein oh nein oh ah ja wie viel haben wir noch hier haben wir noch da haben wir noch und oh mein oh Gott wir haben noch zu viele so ich hänge fest und von der milch hier haben wir eh nur mehr die drei da ja ok ok mhm hm 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 ich bräuchte trotzdem ein bisschen steiner ich habe alles einfach rausgeschmissen keine ahnung da haben wir noch 99 ja dann schauen wir schauen wir hoch zum steinbruch noch vielleicht dass mal ein bisschen steine formen holz würde ich auch wieder brauchen aber da habe ich zu hause genug habe ich halt meinen ring rausgegeben jetzt habe ich kein licht ich habe meine axt auch rausgegeben das hast du super gemacht da muss haltestelle okay warte mal was habe ich hier jetzt noch also muss ich hier schauen da fehlt auf jeden fall eine pastinake weintrauben lauch okay warte 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 wir haben ja jetzt wieder neue sachen feenrosen hammer weintraube hammer lauch hammer dann brauche ich eine tulpe noch und da passt die okay pass auf eine pastinake hier habe ich die pastinake da habe ich eine pastinake und eine tulpe habe ich so die wir haben gleich hier weiter verarbeiten wieder rein damit dann haben wir hier noch einen eine tulpe das heißt das könnten wir mal abschließen das und das dann haben wir sammlung hier letzter tag das hammer und das hammer penny warte mal wo wohnt denn wo wohnt denn ah sie ist das im dings drinnen ich weiß schon im wohnwagen okay und dann wird die mama die dings bumm sein wie heißt sie jetzt die busfahrerin wie 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 hilfe ne pam genau okay gut dann wissen wir da bescheid alles klar dann gehen wir ins bett und wir sehen uns morgen wieder vielen dank und bis dann hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017